Hallo zusammen, wir sind das ökumenische Team der Düsseldorfer Nacht der Liebenden aus der Neanderkirche und der Andreaskirche. Wie Sie sehen können, stecken wir schon voll in den Vorbereitungen für die diesjährige Nacht der Liebenden am Valentinstag. Leider kann der traditionsreiche Segensgottesdienst in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden. Aber ich glaube, wir haben uns eine tolle Alternative einfallen lassen. Wir sind für Sie am Valentinstag von 16 bis 18 Uhr da, an der Andreaskirche und an der Neanderkirche mit einem Segen-to-go. Und dazu gehören auch diese Segenspakete, die wir hier vorbereiten. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR